Na alle zusammen, mich ist wieder heute, ich bin wieder für euch in Dragonflight unterwegs und zwar heute wieder so ein kleines Collection-Update-Video präsentieren und dazu hatte ich jetzt in letzter Zeit einiges gesammelt, denn die letzte Folge ist ein wenig her, das war zum Jahreswechsel, 31.12., der 1.1., irgendwas so um den Dreh rum. Mittlerweile haben wir, wie gesagt, zweieinhalb Monate sind ins Land gestrichen, wir haben jetzt Mitte quasi März und ja, ich würde sagen, wir gucken mal rein, was ich in der ganzen Zeit so gemacht habe, dazu werden wir das in mehrere Teile gliedern, wir gucken uns zum einen hier im Older Things ein bisschen was an, da gehen wir ein bisschen genauer durch, ist ja jetzt doch schon ein bisschen her und dann wollen wir uns aber auch meine Tabelle angucken, wo haben wir die? Ah, da haben wir sie, ja, ich weiß, es ist ein bisschen grell und dann schauen wir natürlich auch noch auf hier Data for Azeroth, da hat sich jetzt auch mittlerweile ein wenig was getan, es sind ein paar andere Rankings reingekommen, ein paar weitere Optionen, das schauen wir uns so am Rande mit an und ich würde sagen, wir fangen dann auf Data for Azeroth an, noch ein kleines Vorwort hier zum Ort, es hat einen Grund, warum ich vor Skyreach hocke, da werde ich euch noch eine andere Tabelle nachher zeigen, ich habe hier vielleicht ein paar mehr Runs gemacht, aber dazu mehr später. Gut, als allererstes würde ich sagen, schauen wir uns auf Data for Azeroth hier mal die Rankings an, beziehungsweise auch das ein oder andere an Modi, der neu reingekommen ist. Aktuell bin ich jetzt im Completion Score auf 932.000, ein paar Zakte, natürlich bin ich noch auf Platz 1, wir können uns auch mal, just for fun, den Abstand zum Gaulisch angucken, habe ich jetzt die letzten Wochen eigentlich nicht mehr, aber ich bin so, ja, knappe 9k Punkte vorne und ja, da tut sich jetzt eigentlich aktuell nicht viel. Die letzten 1, 2 Wochen habe ich fast keine Collection-Punkte gemacht, weil ich jetzt an so absoluten Kacksachen dran bin, wo man dann vielleicht ein Item am Tag kriegt, aber das werde ich dann hart genauer noch ein bisschen erklären, aber beim Gaulisch tut sich, glaube ich, aktuell auch nicht so krass viel, da sind wir beide an einem Punkt aktuell, wo da jetzt keine Riesensprünge sind, bald kommt ja ein Patch und eventuell geht da wieder ein bisschen mehr. Bei den Achievement-Punkten bin ich jetzt nicht so krass dabei, bin ich bei 41.000. Ich habe soweit die ganzen Achievements erledigt, aber die Mythicills fehlen mir noch, die werde ich aber wahrscheinlich erst nächste Season holen, da ändert sich ja an den Bossen nicht sonderlich viel. Genau, dann Mounts bin ich bei 1041, bin ich jetzt aktuell auf Platz 9, Pet-Score sind wir aktuell auf Platz 1, Titel auf 6, Reputations auf 2, Rezepte auf 4, da bin ich ein bisschen abgerutscht, muss ich sagen. Dann bei den Quests bin ich auf 5, Toys bin ich auf 6 und Appearance bin ich immer noch auf Platz 1. Das ist das, was ich aktuell ja hauptsächlich farm. Die anderen Sachen gucke ich zwar immer schon, dass ich auf dem Stand bin, aber das ist gerade der Hauptpunkt, die Appearance, das ist so ein bisschen das, was ich am Farmen bin, an 74.123 und da sind wir vom Abstand auch ein gutes Stück vorne, würde ich sagen. Über 1000 Punkte, das ist auf dem Niveau viel, würde ich mal sagen. Und ja, genau, das sind so die Hauptscore-Sachen. Hier unten ist ein bisschen was Neues dazugekommen. Wir haben jetzt einen Completion-Count, der quasi ähnlich ist vom Score wie der hier oben. Es sind eigentlich die gleichen Scores, bloß der obere Score gewichtet gewisse Punkte anders als der untere. Also der obere Score nimmt alle diese Rankings mit rein und gewichtet diese aber. Heißt, ein T-Mock zählt als 1, ein Mount zählt halt als 100 und eine Quest zählt zum Beispiel als 10, ein Titel zählt als 100, ein Toys zählt als 100 und dann kommt halt die Zahl zusammen. Heißt, ein Mount ist mehr wert als ein Appearance in der Ding und auch mehr wert als, ähm, und quasi ein Toys auch mehr wert als ein Appearance, ne. Ähm, hier der untere Score, der zählt jeden Punkt als ein Ding, ja. Heißt, da es von Appearance halt 74.000 gibt und es von irgendwelchen Toys nur 900 gibt oder Reputations halt nur 200, äh, überwiegen natürlich die Appearance extrem und dementsprechend ist das halt ein Score, der schon, wenn du viel Appearance hast, bist du relativ wahrscheinlich hier auch mit oben dabei. Und naja, gut, da ich am meisten Appearance habe und bei den anderen auch sehr gut aufgestellt bin, ähm, bin ich hier auch auf Platz 1, nur mit, ähm, 1000 Abstand, aber wie gesagt, hier sind die Zahlen ja wesentlich kleiner, weil alles nur quasi als ein Ding gezählt wird. Äh, dann gibt es ja noch so weitere Rankings, die waren, glaube ich, vorher auch schon drin, wie Achievements, Feast of Strengths, Legacy, äh, Pets, Oldscore. Im Endeffekt, äh, die Achievement hat man quasi hier oben schon zum Teil mit drin und Feast of Strengths und Legacy Achievements sind halt beides im Endeffekt, äh, Heldentaten, also Erfolge, die keine Punkte bringen und die man zum großen Teil auch nicht mehr erspielen kann. Genau. Petscore hat man eigentlich hier oben auch drin, das sind bloß die Pets und hier im Petscore kriegt man halt, ähm, einen Score anhand dessen, ob die Pets gelevelt sind und ob sie eine bessere Quali hat, also ein blaues Pet auf Stufe 25 bringt halt 100 Punkte, dementsprechend, ne, seht, ich habe alle Pets auf blau und 25 und ja, also deswegen eigentlich ist der Score, ja, weiß ich nicht, aber der ist ja quasi auch ein Score, der nicht gerankt wird. Alls sind halt die, ähm, Charakter, die man hier auf Max-Level hat, ich habe jetzt 136, tut sich aktuell auch nicht viel, meine Charts sind soweit alle oben, außer einen bin ich aktuell dran, aber dazu vielleicht auch später was. Allscore sind alle Levels zusammengerechnet und hier hat man noch die Ehrenlevel, beziehungsweise die, ähm, ehrenhaften Kills, gut, soweit, so gut. Und jetzt können wir uns ein paar Sachen angucken, die interessant hier auf der Seite gekommen sind, könnte ich auch ein extra Video machen, aber ich denke mal, das passt ganz gut ins Collection-Update mit rein. Es gibt hier nämlich mittlerweile Only Obtainable. Man hat ja in diesen ganzen Rankings Sachen drin, die man nicht mehr kriegen kann. Deswegen, ähm, bin ich nicht bei jedem Ranking auf eins, ne, sondern, ähm, einige Sachen haben dann halt andere Leute, an die ich halt nicht rankommen kann, ne. Die sind halt, die gab es halt dann irgendwann vor 20 Jahren mal oder vor 10 Jahren, in irgendeiner Expansion hat man das nicht gesammelt und, ja, man kann mal da halt nicht mehr rankommen. Und da gibt es jetzt dieses Only Obtainable Ranking, auch, ähm, bei dem bin ich auf Platz 1 im insgesamten Ding und da gibt es dann halt verschiedene Sachen. So wie es aussieht, klappt das noch nicht so ganz bei allen Sachen, ja. Ähm, zum Beispiel habe ich gesehen, bei Pads hat was nicht so ganz geklappt. Ich habe mal ein bisschen verglichen. Ich habe eigentlich alle Pads, die man aktuell holen kann und auch die ganzen Removeden habe ich mir soweit geholt. Deswegen bin ich im insgesamten Score auf Platz 1. Hier bin ich irgendwie, habe ich dann einen Pad weniger. Ich habe geguckt, es gibt kein Pad, was ich holen kann, äh, was ich nicht in Game schon habe. Also irgendwie, das, äh, scheinen noch ein paar Sachen rumzubacken. Ein paar Sachen sind nicht ganz richtig eingetragen, aber das ist auch erst in den Kinderschuhen, so wie das aussieht. Vielleicht muss ich da mal im Data for Azeroth Discord auch mal posten. Oder ich habe was übersehen, aber ich glaube es tatsächlich nicht. Und bei den Mounts, weiß ich jetzt auch nicht, da ist irgendwie auch das ganz normale Ranking drin. Also das, warte mal, wenn ich jetzt hier auf Only Obtainable gehe, da muss man nochmal umschalten. Genau. Also da klappt, äh, glaube ich auch noch nicht so was ganz. Aber da sieht man jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt hier bei den Rezepten ist es schon ganz gut, da seht ihr, dann bin ich quasi auf 1. Die Leute, die mehr Rezepte haben, haben halt ein paar Removede, die man nicht mehr kriegen kann, zum Beispiel. Ähm, genau, und, ähm, das ist halt dann auch bei Reputations der Fall und so ein Gedönse. Genau, das kann man hier einfach hin und her umschalten. Ist ganz, äh, eine nette Sache. Und was sie auch mit reingebastelt haben, ähm, ist quasi hier oben noch ein paar mehr Rankings. Also Charakter hat man vorher schon drin. Hier hat man dann auch, äh, Only Obtainable noch eine Möglichkeit, dass man das umschalten kann. Und, ähm, ja. Das hat man ja vorher schon so weit gesehen, wenn ich jetzt hier umschalte bei Titel. Nur noch Erhaltbare habe ich quasi alle, die man holen kann, ne. Quests kann ich noch ein paar machen. Da sind unter anderem die Legendary Quests, sowohl von, von der Evoker Legendary als auch von der äh, Legendary Axt. Aber die Legendary Axt, zumindest an der bin ich aktuell dran. Sind sogar relativ viele, ähm, äh, Quests, die man dafür erledigen kann. Was es dann auch noch gibt, was jetzt wirklich ein neues, ähm, neues Untermenü ist, ist hier Profession. Und da finde ich es ganz spannend. Da sieht man bei jeder Einzel, bei jedem einzelnen Beruf ein Ranking, ne. Auf was man quasi für ein Ranking ist. Und, ähm, ja, da seht ihr, bei einigen Berufen habe ich quasi alles. Also bin ich auf Weltplatz 1, bei manchen nicht. Ah, wenn ich jetzt hier auf Only Obtainable gehe, seht ihr, dann steht hier nur die, überall die 1 dran. Ich habe von allen Berufen quasi alle Rezepte, ja, also das, da finde ich die Übersicht jetzt eigentlich ganz gut, weil man da einfach sieht, ah, okay, ich habe alles von allen Berufen. Und wenn ich es rausnehme, dann sind halt auch, remove the Rezepte mit dabei. Und dann sieht man, okay, da haben dann einige Eiche Rezepte, die removed sind, habe ich halt nicht, ja. Ja, dementsprechend, deswegen bin ich da hinten dran. Genau. Also das finde ich eigentlich eine ganz schöne Sache, kann man sich auch ein bisschen vergleichen, vor allem für Spieler, die jetzt vielleicht später angefangen haben, die es vielleicht auch sonst demotiviert zu sagen, okay, ich kann ja nie in dem Ranking ganz mit nach oben kommen, weil ich halt die ganzen alten Sachen nicht mehr kriegen kann. Die haben jetzt halt auch ein Ranking, wo sie sich halt vergleichen können mit nur den Sachen, die aktuell noch erspielbar sind. Finde ich eine gute Sache auf jeden Fall. Genau. Soviel zu Data for Azeroth. Jetzt versuchen wir es nicht ganz zu lang zu machen. Dann schauen wir fix in meine Tabelle rein. Das müsste die sein. Ah, es blendet mich selber gerade ein bisschen. Und da können wir jetzt mal kurz durchgucken, wie viel ich quasi Plus gemacht habe in der letzten Zeit. Also hier seht ihr, 31.12. hatte ich das letzte Jahr aufgenommen. Jetzt haben wir den 18.3. Und bei dem insgesamten Score haben wir 9K Punkte Plus gemacht. Dann muss ich dazu sagen, in der Zeit kam kein großer Patch. Also es kam jetzt kein großer Patch, wo ich einen Riesensprung machen konnte über neue Inhalte, sondern, ja, das waren halt zusammengekrebste Sachen, so gesehen. Dann Achievement Points haben wir 385 gemacht, obwohl es kam dieser kleine Patch, glaube ich, zwischendrin, wo man diese Ausgrabung hatte und dieses Archiv von Azeroth oder so, aber da war jetzt nicht viele, sagen wir mal so, was man da gekriegt hat. Dann Mounds habe ich anscheinend 17 gemacht. Kann ich mich schon gar nicht mehr erinnern, was das für Mounds war. Ich glaube, es waren Haufen so Events und Store und Zeugel Gedönse, was man jetzt die letzte Zeit hatte. Pets habe ich 1100 Score Plus gemacht, also es waren 11 Pets. Dann Titel waren es vier, Reputations war es eine, das war dieses Archive von Azeroth. Dann Rezepte, da gab es einfach keine neuen Rezepte in der Zeit. 64 Quests, 12 Toys und 2729 Appearance. Klingt nicht nach viel, aber wenn man auf einem gewissen Niveau ist und ohne jetzt hier irgendwie großkotzig klingen zu wollen, aber wenn du halt ziemlich viel hast, dann sind die Sachen, die überbleiben, halt lauter Scheißsachen. So ist das leider am Ende und dementsprechend sind die 27 schon relativ viel für das quasi Niveau. Genau. Dann gab es hier Completion Count, das ist jetzt dieser neue Count, den gab es halt vorher nicht, deswegen habe ich da vorher nichts eingetragen. Gut, dann haben wir halt diese, die nicht in das Ranking reinziehen. Achievements, Feast of Strengths habe ich 18 gemacht, Legacy Achievement, gut keins. Pets, die 11, hatten wir ja oben schon. Olds, anscheinend habe ich nochmal 7 Chars auf Max Level gespielt, mit das aktuellen, hauptsächlich über Petbit, so ein bisschen nebenbei. Oldscore 474, wobei der Oldscore ist trügerisch, weil ich erstelle mir oft dann auch Testchars, um diese Pandanen-Szenarios zu machen und die zählen natürlich da auch rein. Die erstellst du ja auf, sind die Stufe 60, sind die, also diese Oldscore, das kannst du eigentlich knicken. Ein paar Ehrenlevel habe ich gemacht und ein paar Kills. Und im Older Things haben wir hier unten, wir hatten vorher gefehlt, 6556 Items und jetzt fehlen mir noch im Older Things 4308 Items, also 2238 Items oder Sachen habe ich weggekriegt und von den Prozenten sind wir von 96,20 auf 97,50 gesprungen, das sind 1,3%. Genau, soviel zu der Tabelle. Jetzt werdet ihr nicht mehr geblendet, dann machen wir das hier zu und dann können wir zum Older Things kommen beziehungsweise davor, schauen wir vielleicht die Main Collection Features noch durch und ja, was mir da aktuell noch fehlt. Hauptsächlich, also viele Erfolge seht ihr, fehlen mir nicht. Hauptsächlich fehlt mir eigentlich aktuell hier unter Dungeons noch was und zwar Dragonflight Raids und da fehlen mir schlichtweg halt die ganzen Mythicils. Also da war ich noch nicht durch. HC war ich auch noch nicht durch, bin wirklich nur die ersten zwei Wochen bin ich glaube ich mit dem Main Normal gelaufen und dann nochmal irgendwann jetzt vor ein paar Wochen nochmal einmal den Achievement Run durchgelaufen. Können wir sogar nachgucken, wann das war. Am siebten, okay, das ist schon lange her, siebter Erste, das war kurz nach dem letzten Collection Update. Habe ich das eine Woche später habe ich das gemacht. Genau, um dann quasi die drei Läufe für die Norme Quest zu haben und HC-Mythic war ich gar nicht, aber das mache ich noch in der vierten, wobei Führer-KC habe ich mit einem Twink gemacht, mit dem ich die Legendary-Waffe fahre, für die Waffe als T-Mock und die Quests. Genau, also zum einen fehlen mir halt die ganzen Mythicils und der HC-Kill und zum anderen die anderen Sachen habe ich eigentlich alle fertig bis auf Erweiterungsfeatures und da ist natürlich bei Drachenrennen, wie bei euch wahrscheinlich auch, einfach der Nordend Cup drin. Den kannst du aktuell nicht machen, der kommt jetzt irgendwann nächsten Monat am 9. April startet er und dann kann man halt einige Achievements noch beim Nordend Cup machen. Genau, das ist das, was bei den Erfolgen fehlt und dann können wir jetzt noch geschwind reinschauen bei den Mounts Pets Toys und zwar Mounts fehlt mir, naja, klar, Mythic Führer-Mount, das kannst du, also, wenn du Mythic Führer nicht down hast, kannst du das Mount nicht haben, das denke ich mir selbsterklärend, das ist das Einzige, was ich quasi jetzt aktiv in Game gerade noch holen kann und dann gibt es hier so einen Teppich, den gibt es glaube ich über das Osterevent, das kommt auch nächsten Monat und dann eine Schildkröte, die irgendwann über den Handelsposten kommen soll, aber die kannst du auch noch nicht holen, heißt, die beiden kriegst du aktuell noch nicht und dafür muss ich halt den Fördergemütig-Modus umhauen, das mache ich aber in der dritten Season, da kaufe ich wahrscheinlich dann einen Boost Run und nehmen dann auch die Dings mit, da gibt es ja wieder Fated-Geschichten, also da kann man vielleicht wieder zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Genau, Pets fehlt mir nur hier dieses kleine Entchen, das ist aber auch vom Nobelgarten-Event, was ebenfalls erst nächsten Monat ist, heißt, das kann ich aktuell auch noch nicht holen und bei Toys fehlt mir eins, hier oben seht ihr, das Hidden ist, welches das genau ist, bin ich mir nicht sicher, auf jeden Fall wird es nicht angezeigt bei nicht gesammelten und hier habe ich alle Haken drin. Ich habe mir auch das Ding geholt, das Toy vom MDI, was du da holen konntest und das kam jetzt mittlerweile an, hat ein bisschen gedauert, aber so ist es halt oft der Fall. Genau, das waren die Main-Collection-Sachen, dann können wir jetzt eigentlich eintauchen ins All the Things und da ein bisschen stöbern. Ich wollte das Video heute ein bisschen zügiger machen, das letzte Mal habe ich glaube ich eine Dreiviertelstunde gelabert, jetzt versuchen wir hier mal ein bisschen mit Tempo, das ein bisschen quicker durchzuballern. Nichtsdestotrotz wollen wir uns natürlich die einzelnen Unterpunkte anschauen. Wie ihr seht, ich bin jetzt bei 4309 Items, die noch über sind, 97,50% und ich habe hauptsächlich T-Mock gefarmt und in letzter Zeit habe ich jetzt die ganzen extremen Kack-Sachen gemacht, die noch so ein bisschen über waren. Wir fangen jetzt einfach mal oben an bei Dungeons und Schlachtzügen. Mein Plan war prinzipiell, dass ich von Classic bis einschließlich Legion das Ganze fertig mache. Da sieht es jetzt relativ gut aus. Zum Beispiel in Classic fehlt mir jetzt nur noch die Gefechtskeule, das ist ein Item, das man im Schallachroten Kloster theoretisch farmen kann, kann man aber auch im AH kaufen und das werde ich mir definitiv kaufen. Auf manchen Servern ist das jetzt für einen halbwegs okayen Preis drin. Ich kann hier auch mal W-W-Thing aufmachen. Das sind übrigens alle Items, die ich mir noch im AH kaufen kann. Das sind aktuell 33, es schwankt ein bisschen. Es geht manchmal bis zu 50 hoch, wenn noch mehr von diesen Cataclysm Crafting Items drin sind. Und ja, die Hälfte davon sind halt removede Items auch. Unter anderem gibt es aber hier auch die Gefechtskeule, die kostet ja immer so 600k. Das ist immer die günstigste, wenn wir jetzt hier nicht Only Cheapest machen. Die anderen kosten halt doch ein paar Millionen. Und da bin ich überlegen, ob ich mir die demnächst mal kaufe, die Gefechtskeule. Genau. Und dann das nächstbessere, was ich dann noch brauche, ist ein Red of the Lich King. Und da ist Naxxramas drin. Und das sind einfach T3-Teile. Das sind vier T3-Teile, die mir noch fehlen. Und auch alle vier kann ich mir kaufen. Also von Classic bis einschließlich Waddle, die fünf Teile, die kann ich mir alle einfach über Gold kaufen. Also da farme ich jetzt auch nichts. Die werde ich mir kaufen, wenn sie günstig sind. Hier bei den T3-Teilen bin ich im Black Market immer unterwegs. Und ja, wenn ich jetzt die nächste Zeit nicht kriege, dann werde ich sie mir selber craften. Und ja, dann sind sie wahrscheinlich teurer. Dann kommen sie ins nächste Waste-Video. Genau. Dann das Erste, was ich eigentlich farmen kann, ist MOP. Da sind es die World-Bosse. Und die bin ich aktiv am Farmen. Ich farm seit einigen Monaten. Die World-Bosse vor allem jetzt aktiv noch Nalak. und ja, die Drop-Chance, die letzten Sachen da zu kriegen, ist halt richtig mies. Also ich glaube, mit so ein bisschen über 30 Chars jede Woche kill ich Nalak, alle meine Platten-Chars, weil ich brauche hier noch einen Stärkeumhang. Und das ist ein Plattengürtel, aber will einfach nicht. Da bin ich dran. Und die anderen Geschichte ist hier bei Undaster dasselbe Item, was auch bei Nalak droppt. Aber ich denke mir, solange ich hier auch noch den Umhang offen habe, haue ich nur Nalak um, weil wenn ich jetzt hier bei Undaster die Schultern farm und dann den Umhang immer noch brauche, dann muss ich Nalak eh nochmal töten. Also dementsprechend, ja, packe ich die bei Nalak. Und was ich auch brauche, sind halt bei den Erhabenen noch Items aus dieser Extrakiste. Und Ordos habe ich auch eingeblendet. Das ist ja der Boss, wo du nur hinkommst, wenn du damals den Umhang geholt hast in MOP, also den Legendary-Umhang. Den habe ich mir zusätzlich mit eingeblendet, um dementsprechend ja, den mal beizuhaben. Ach so, ich bin übrigens im Wahnsinnig Account-Vervollständigungsmodus drin. Das kann ich jetzt vielleicht, hätte ich vielleicht am Anfang zeigen sollen, wie der Modus aussieht. Also ihr seht, ich habe quasi alle Haken drin hier. Also alles, was man sammeln kann, habe ich angezeigt. Und gut, die Filter sind dann eh raus. Das sind hier die Unobtainable-Dinger. Da habe ich Black Market drin. Blizzard Balance, also Black Market ist das Schwarzmarkt-Auktionshaus. Blizzard Balance ist alles Zeug, was du im Shop kaufen kannst. Trading Card Game habe ich auch alles drin. Also Sprektaltiger und Co. Und das Orders Zeug. Die anderen Sachen machen eigentlich keinen Sinn. Also ich brauche mir Never Implemented, also Sachen, die niemals eingefügt wurden, brauche ich mir nicht anzeigen. Sachen, die vom Spiel entfernt wurden, die kann ich auch nicht mehr kriegen. Alte PvP-Elite-Sets, die kann ich auch nicht mehr kriegen. Und zu Summoning Items beziehungsweise Broken Loot, das macht auch keinen Sinn, sich anzeigen zu lassen. Genau. So viel zu den Einstellungen. Gut, dann gucken wir weiter. In Wall of the Strain, deswegen sind wir jetzt hier gerade für Skyreach, farme ich gerade noch die letzten Items, und zwar die letzten Items in Wall of Draenor. Das ist Shared Dungeon Loot. Also wir können in allen Wall of Draenor Dungeons die Schuhe droppen oder die Handgelenke. Und teilweise haben die Bosse dann aber einen sehr, sehr großen Lootpool. Ich kann euch das mal kurz zeigen, für die Leute, die das nicht kennen. Jetzt gehen wir mal auf die Himmelsnadel und dann können wir mal gucken, was jetzt dieser Boss droppen kann. Achso, ich habe jetzt hier, es ist jetzt nur Wildheit eingestellt, aber ich mache jetzt mal alle Klassen. Seht ihr das, wie viele Schultern der droppen kann und wie viele Hosen? Also es sind sehr viele und dann die Ringe, da ist der Boss hat dann, weiß ich nicht, also 50, 60 Items und jedes dieser Items kann dann aber noch Warforged droppen zu einer relativ kleinen Chance. Und dann ist es bei einem Boss mal guten Lootpool von über 100 Items und das Problem ist, die Warforged Items droppen, das ist nicht so 50-50, dass mal ist Non-Warforged und mal Warforged droppt, sondern alle Hui droppt mal eins Warforged und ich bin ja ein ID-Sammler, ne, und dementsprechend brauche ich diese Teile halt noch im Warforged. Ich habe jetzt vor einer Weile schon mal in Wallards of Draenor mir jegliche Items gefarmt vom normalen Loot und hatte jetzt diese Warforged Geschichten nur offen und, um jetzt vielleicht ein bisschen vorzugreifen, ich habe jetzt die Dämmerung der Ewigkeit fertig gemacht, da gibt es ja diese Quantum Items und da bin ich jetzt auch mit den Quantum Items komplett durch, habe da natürlich auch einiges hier rausbekommen, ne, aus quasi Warlords of Draenor, da gibt es ja in den Quantum Items quasi die ganzen Waffenslots, es gibt, da kann ich es vielleicht schöner zeigen, es gibt Kopf, Schulter, Brust, Hände, Hosen, ne, was es halt nicht gibt in den Quantum Items ist halt Handgelenke, Rücken, Gürtel und Schuhe, dementsprechend diese vier Slots, die musst du aus den Instanzen dann immer noch farmen, ja, die anderen hier Ringe, Hals und Strinkets gibt es ja kein Thema, auch deswegen ist das uninteressant, und ja, also du kannst, oder kannst ja aus diesen Quantum Items so gut wie alle Sachen von Classic bis einschließlich Shadowlands rausbekommen, dementsprechend sind die Wall-Obs of Trainer Items auch drin, und auch die IDs, also auch die quasi kriegsgeschmiedeten IDs, die halt hochrollen, ne, im Item Level und E-Bestand sind, aber Schuhe, Handgelenke und so sind natürlich nicht drin. Ich habe jetzt hier relativ Hardcore reingefarmt, und zwar kann ich euch das jetzt mal in einer anderen Liste zeigen, VOD Runs, ich habe das mal ein bisschen mitgetrackt in Skyreach, und zwar hatten wir, nachdem ich schon alles damals in Wall-Obs of Trainer gefarmt hatte, und nach allen Quantum Items waren jetzt noch 20 fehlende Items über, und da hatte ich in Skyreach dann, als ich angefangen habe, das mitzutracken, 100 Runs, also ab 20 fehlenden Items habe ich es mitgetrackt, da war ich bei 100 Runs, und dann habe ich immer mitgetrackt, wie lange hat es gedauert, bis ich quasi ein Item gekriegt habe, also quasi auf 19 fehlenden Items runter war, bei wie vielen Runs ich dann war, und da war die Differenz, da habe ich dann 7 Runs gebraucht, um wieder ein Item zu kriegen, dann habe ich wieder 13 Runs gebraucht, um das nächste Item zu kriegen, dann habe ich 2 Runs gebraucht, um das nächste zu kriegen, dann machen wir 17, dann habe ich 32, 4, und dann seht ihr, wie es hoch geht, hier habe ich schon 52 Runs gebraucht, und ihr müsst immer denken, ich habe ein Lockout von 10 Runs die Stunde, ich brauche zwar etwa mit rausporten und wieder reinlaufen, so 4 Minuten, also ich brauche nicht die komplette Stunde auf in der Zeit, aber so 40 Minuten von einer Stunde bin ich dann immer unterwegs, heißt 52 Runs, sind halt über 5 Stunden, die du rein investierst, um dann ein Item rauszukriegen, und das geht dann hier hinten ein bisschen hoch, hier bin ich dann teilweise schon bei 74 Runs, also ich habe fast 8 Stunden gegrindet für ein Item, und jetzt könnt ihr so ein bisschen verstehen, warum ich dann sage, dass ich auf einem Niveau angelangt bin, wo du dann vielleicht nur noch ein Item oder kein Item am Tag kriegst, obwohl du ganz da richtig am reingrinden bist, natürlich habe ich jetzt nicht unbedingt 8 Stunden am Stück da gegrindet, aber teilweise schon längere Sessions gehabt, sagen wir es mal so, und jetzt vor allem, wo ich jetzt unter 10 Items war, habt ihr gesehen, da sind es dann mal 74 Runs gewesen, oder hier 104 Runs, 118 Runs, das waren dann fast 12 Stunden, die Instanz laufen, um ein Item zu kriegen, und da wird es halt dann ziemlich beschissen, das zeigt auch so ein bisschen die Dropchancen auf, ne, also um jetzt von 20 Items auf 4 runter zu kommen, bin ich jetzt schon, oder, naja gut, 700 Dungeon, weil 100 hatte ich ja schon, bin ich 700 Dungeon Runs gelaufen, also ich würde behaupten, die IDs in Wallows of Draenor zu farmen, ist so das beschissenste, was du machen kannst, was es im T-Mog-Bereich gibt, ne, also so die letzten Items vor allem zu kriegen, ist, glaube ich, der beschissenste Grind, den du dir ans Bein binden kannst, genau, aber einfach nur mal so ein bisschen zu zeigen, ob ich die letzten 3 noch kriege, weiß ich nicht, wahrscheinlich wird sich der Counter hier nochmal verdoppeln für die letzten 3, schätze ich mal, mal gucken, ich werde, ich habe jetzt eineinhalb Wochen hier richtig durchgezogen, jetzt muss ich mal gucken, ob ich das so weitermache, da brennt es natürlich schon ein bisschen aus, genau, nur mal so ein bisschen die Relation zu zeigen, ähm, wie ihr seht, Legion ist ja hier zum Beispiel komplett raus, und, ähm, hier, BFA ist auch komplett raus, denn, ich habe nach dem letzten Collection Update auch BFA, die Dungeons angegangen, und dann auch in Shadowlands die Dungeons angegangen, und, ja, dann habe ich auch die Raids gemacht, und die Raids in BFA gingen relativ schnell, sogar gar Huhn-Mythisch haben wir, ähm, mit verschiedenen Taktiken gemacht, auch mit einer, äh, Burst-Taktik, kannst du tatsächlich, wenn du genug Schaden hast, einfach wegbursten, ohne dass du die Kugeln an der Seite spielen musst, und, ähm, BFA ging relativ zügig, ich würde sogar so weit gehen, dass, äh, man wahrscheinlich komplett BFA schneller farmt, als hier in Wallets of Draenor die Dungeon, äh, die paar Dungeon-Drops, die ich noch brauche, so ist das halt leider, genau, also BFA habe ich komplett rausgekriegt, Shadowlands habe ich auch die Dungeons komplett fertig gemacht, da brauche ich nur noch, äh, Raids, das gehe ich aber aktuell noch nicht an, weil es da keinen Legacy-Loot-Modus gibt, und selbst wenn du jetzt alleine die Bosse töten könntest, würdest du, null bis ein Item maximal bekommen, und das rentiert sich noch nicht zu farmen, ne, und, ja, in Dragonflight habe ich auch die Dungeons fertig gemacht, und habe auch nur die Raids aktuell drin, aber die, ähm, die, also die beiden Raids-Sachen stelle ich aktuell zurück, das macht, solange man noch andere Sachen zu tun hat, eigentlich keinen Sinn, aktuell diese beiden Raids zu farmen, weil es halt kein Legacy-Loot-Modus gibt, ne, also du kriegst halt dann nur einen, einen kleinen, also zu einem ganz kleinen Prozentsatz, wenn du alleine drin bist, überhaupt Loot, und wenn du halt mit 20 Leuten reinkriegst, dann gibt es zwar ein paar Items, aber die musst du halt mit allen teilen, das ist, also, da kannst du aktuell noch nicht effizient farmen, genau, und solange ich noch andere Sachen zu tun habe, mache ich die anderen Sachen vorne, und ja, Dämmerung der Ewigkeit, äh, äh, da werden noch zwei Items angezeigt, liegt aber daran, ähm, dass die halt verbuggt sind, also die kann ich nicht kriegen, das Token, wenn ich es einsetze, auf dem Plattenchart, zeigt an, ich habe alle Dinger, und die sind halt trotzdem noch drin, es war halt erst die Vermutung, dass es wie bei diesen Tokens funktioniert, bei den Assemble, bei dem PvP-Assemble, werde ich vielleicht noch mal was zu sagen, wenn du da jegliche Unique Appearance hast, kannst du sie nicht mehr einsetzen, um die IDs zu kriegen, da hatte ich mit Leuten schon gesprochen, das war die Vermutung, dass es daran liegt, oder diese Teile sind halt einfach falsch eingetragen, wir müssen aber halt abwarten, bis jemand anderer mit den Quantum Items fertig ist, und so wie es aussieht, bin ich halt, ja, der Einzige, der diese Quantum Items fertig hat, und dementsprechend haben wir keinen Referenzwert, um das einfach zu gucken, ne, genau, genau, das ist es eigentlich, also im Großen, wenn man jetzt bei Dungeon und Schlachtzüge guckt, sind es eigentlich Shadowlands, BF, äh, ähm, Dragonfly Draids, die ich ja aktuell aus, äh, weiß nicht, noch keinen Sinn mache, die zu farmen, aktuell noch nicht mache, Wallards of Draenor, der Todesgrind, äh, MOP, auch der Todesgrind, da, ich habe jetzt, glaube ich, einen Monat, jede Woche, die, äh, Nalak umhacken, oder war zwei, und habe kein einziges Item gekriegt, mit 30 Jars, und die Orders und Dingen, bin ich immer mal wieder am killen, da habe ich jetzt auch schon ewig nichts mehr gekriegt, also das ist, scheint ewig beschissen von der Dropshot zu sein, und die anderen beiden, die werde ich mir jetzt halt, oder die fünf Teile, ne, vier, ähm, T3, und das eine, äh, was ich aus dem H kaufen kann, die werde ich mir demnächst kaufen, denke ich mal, also Dungeons und Schlagzüge, sieht eigentlich ganz gut aus, bei den Außenbereichen, bin ich jetzt auch relativ weit gekommen, jetzt muss ich bloß kurz was trinken, hm, wir nehmen das hier nämlich im One-Check auf, und wenn ich viel rede, na, dann merke ich es mit der Stimme, ihr seht, hier ist einiges rausgefallen, ich weiß gar nicht, was ich die letzte Zeit da alles gefahren habe, das ist jetzt zweieinhalb Monate her, aber ein paar Sachen fallen mir bestimmt noch ein, ich zeige euch erstmal, was mir noch fehlt, und dann kann ich euch vielleicht ein bisschen erzählen, was ich, was ich so gefahren habe, Shadowlands wird hier angezeigt, wegen einer Währung, die man noch für ein Item aus dem Timewalker braucht, kann man vielleicht nachher auch zeigen, heißt aber, da ist eigentlich nichts zu farmen, Argus sind diese Zauberstäbe, wo ich mittlerweile nicht sicher bin, ob die überhaupt droppen können, ich habe da auch schon einige Stunden jetzt wieder rein investiert, mit vielen Leuten im All-Things-Discord auch mal geschrieben, beziehungsweise im Data4Astrad-Discord, und so richtig hat die noch keiner, die Dinger, also bezweifle langsam, dass es die überhaupt gibt, ich habe da bestimmt schon 25 Stunden reingefarmt, die droppen einfach nicht, also keine Ahnung, und teilweise werden auf WoW-Head Dropchancen von 3% aufgezählt, bei Mobs, wo du x-fach killen kannst, also da kann irgendwas nicht ganz stimmen, und sonst habe ich in Shadowlands verpackte Assembles drin, also das sind die hier, wo mir teilweise immer ein Teil fehlt, aber das Assemble ist abgeschlossen, oder wie hier, wo 0% dran steht, wo man jetzt sagen möchte, ah, okay, du kannst das Assemble noch kaufen, aber, wenn ich jetzt drüber fahre, seht ihr, da steht bereits bekannt dran, 10 Items fehlen, 67 habe ich, das Ding kann ich nicht mehr lernen, obwohl noch IDs fehlen, und das ist bei dem auch so, heißt, alle diese 30 Items, da komme ich nicht ran, die Assemble kann ich nicht kaufen, ich kann sie aber nicht lernen, weil Blizzard es halt dumm gemacht hat, mit ihrem ID-System, und bei Dracheninseln ist jetzt halt hier nur die Zara-Leck-Höhle drin, und zwar mit einem Verkäufer, der Elite-Gier aus Season 2 verkauft, und so wie ich das mitgekriegt habe, kannst du das nur noch kriegen, über, also du konntest das hier kaufen, oder kannst es immer noch kaufen, über einen Token, wenn du eine Achievement aus Season 2 gemacht hast, und diese Achievement aus Season 2 sieht quasi vor, dass du, wenn dann in der Arena in Season 2 ein gewisses Rating hast, im M-Plus in Season 2 ein gewisses Rating hast, das kannst du beides nicht mehr machen, weil Season 2 nicht mehr aktiv ist, oder du Sakras im HC umhaust, Sakras im HC kannst du noch umhauen, und das ist nicht an die Season gebunden, heißt, man könnte, jetzt zum Beispiel beim DK, es gibt fünf Teile, du könntest mit einem DK reingehen, Sakras im HC umhauen, kriegst einen Token, kannst einen Teil kaufen, mit demselben DK kannst du nicht noch ein zweites kriegen, das geht nur einmal, dann kannst du dir einen zweiten DK stellen, wieder Sakras umhauen, heißt für jedes Teil, also ich müsste halt mit 58 Chars quasi Rackreff im HC umhauen, um jedes Teil kriegen zu können, ich werte das aber dann dementsprechend halt als Dragonflight Raid Teil, und da ich ja aktuell Dragonflight Raids aus gegebenen Gründen nicht farme, fällt es halt für mich raus, also das gehört für mich nicht so wirklich in die Außenbereiche, sondern eher mit in den Raid rein, und das ist halt verbuggt, also das kann ich auch nicht machen, heißt in den Außenbereichen gibt es eigentlich die zwei Zauberstäbe noch zu farmen, die aber anscheinend auch verpackt sind, also zumindest habe ich keinen kriegen können, und konnte auch keinen Ansprechpartner kriegen, der mir sagen konnte, dass er den auch schon bekommen hat, also irgendwie ein bisschen schwierig, genau, dann schauen wir weiter, und zwar bei der Weltbeute, da fehlt mir jetzt aktuell nur noch einmal ein Schuh, und zwar ist das jetzt ein Trollschuh, es gibt diese Items aus Leechern, die hier grau sind, und aber mal auf ihm gebunden sind, die können theoretisch in den ganzen Dungeons und in den Raid farmen, jetzt ist es aber so, oder droppen, ich habe Leechern rauf und runter gefarmt, alle Dungeons, alle Raids, jegliche Items, die es gibt, und mir haben trotzdem noch 30 oder 40 von diesen grauen Teilen gefehlt, also die droppen wirklich mega beschissen, also du hast die komplette Expansion, alles fertig, und du hast diese grauen Sachen trotzdem nicht, naja, und da gibt es eine Special Kiste, vielleicht für den einen oder anderen, sodass es hier auch noch einen Mehrwert hat, jetzt muss ich mal gucken, hier in Sturmheim, hier unten ist es glaube ich, da gibt es eine Sonderkiste, und da gibt es immer so ein graues Teil raus, das ist glaube ich die einzige Quelle, wo du zu 100% immer so ein graues Teil rauskriegst, da musst du so eine Kiste anklicken, dann spawnen zwei so, so meiden, die haust du um, und dann kannst du die Kiste nochmal anklicken, und dann kriegst du einen Loot raus. Kannst du einmal pro Char anklicken, du kannst es aber mit einem Level 10 Char aufmachen, und ich habe das so gemacht, den Tipp hat mir der Gaulisch gegeben, da muss ich ihm den Credit geben, dass du quasi ein paar Testaccounts dir ranholst, die müssen natürlich auf dem selben Battlenetz sein, dann stellst du einen Hexter hin, portest deine ganzen, stellst dir immer ein verbündetes Volk quasi wieder erstellen, portest die hin, Kiste aufmachen, Char löschen, nächsten hin porten, Kiste aufmachen, Char löschen. Kannst dir auf dem Testaccount so viele 10er Chars machen, wie lustig, bis den wir da löschen, das haben wir ein paar Stunden gemacht, und irgendwann hatte ich die ganzen Items. Mit einem Item geht das aber nicht, und zwar mit diesen Schuhen, weil die kann nur ein Troll anziehen. Und ein Troll ist kein verbündetes Volk, den kannst du nur auf Stufe 1 erstellen. Jetzt ist das Problem, Stufe 1 Char kann diese scheiß Kiste nicht aufmachen, tja, hast du gelitten. Jetzt kann ich das eigentlich nur machen, mit einem Testchar, den du auf Stufe 60 erstellst, die sind aber wöchentlich limitiert, da kannst du nur, ich meine 8 oder 12 in der Woche erstellen, und die brauche ich auch noch für die MOP-Szenarien, das ist so ein bisschen ein Zwiespalt jetzt. Und um das richtige Teil zu kriegen, musst du teilweise dann 50, 60, 70, 80 Chars erstellen, bis du da halt das Richtige hast. Und so viele Testchars kann ich nicht machen, also das weiß ich nicht, muss ich mal gucken, oder ich warte bis Warwithin, vielleicht fällt da die Restriktion dann weg, muss man mal schauen, ist ein bisschen tricky. Okay, genau, das ist das. Dann haben wir Dunge-Browser, da sind hier diese Kisten noch drin, wo man einmal, quasi wenn man in Low Dungeons, zum Beispiel jetzt hier aus Burning Crusade läuft, so eine Kiste kriegt, muss man mit Low Twings machen, war aber auch bei den turbulenten Zeitwegen, bei Timewalker Dungeons als Belohnung drin, und ich hoffe jetzt Ende Season 3 kommt es auch noch mal, dass man die über die Timewalker Kisten kriegt, denn ich brauche noch Loot aus den Timewalker Dungeons, und dann könnte man das miteinander verbinden, und ja, ich bereue es ein bisschen, dass ich es Ende Season 2 nicht gemacht habe, bei den turbulenten Zeitwegen, aber da war ich noch bei den Dungeons so involviert, und dachte mir, ah, jetzt nochmal was anderes zwischenrein anfangen, das machen wir nicht, wahrscheinlich bleibt es jetzt bei den Timewalker Dungeons immer drin, Spoiler, es ist nicht geblieben, ich vermute, dass es dann halt nur, wenn die turbulenten Zeitwege sind, dabei ist, genau, und dann habe ich hier noch eine Party-Scene-Kiste, da brauche ich mit dem Shami noch was, aber ja, und da habe ich ja aktuell auch eine Videoreihe zu, genau, dann Achievements, sind ja die, die ich euch gezeigt habe, die da noch offen sind, Heldentat gibt es natürlich auch noch einen Haufen, aber die fliegen ja dann raus, wie mit Legendary Waffe und Konsorten, was es da noch alles gibt, genau, und die ganzen PvP-Geschichten, aber die verschwinden ja dann jede Season wieder, dann kommen wir zu den Erweiterungsfeatures, naja, hier ist auch, oh, warte mal, was ich jetzt vergessen habe, bevor wir jetzt hier auf die Erweiterungsfeatures eingehen, ich wollte eigentlich sagen, bei den Außengebieten, was da so für Kacksachen rausgefallen sind, was habe ich denn gemacht, ich habe in der Zaraleck-Höhle, da gibt es so Zaraleck-Feldmesser-Items, die kriegt man da aus den Kisten raus, oder von den Rares, und teilweise haben die eine Drop-Chance, auf den Wert ausgestellt, von 0,001 oder so, und teilweise bei den Kisten wird es gar nicht ausgeschildert, ich konnte alle Zaraleck-Feldmesser-Items aus den Müllhaufen rausziehen, in den Zaraleck-Höhlen, und was ich empfehlen kann, packt euch Schaufeln ein, da gibt es so komische Schätze, da muss man erst mit einer Schaufel den Schatz ausgraben, und dann kann man nochmal draufklicken, und kriegt da den Schatz raus, das ist eine Sache, da farmt ihr richtig lang, ich habe das mit vier Accounts parallel gemacht, und die Singer haben trotzdem eine ewige Chance, also ihr fliegt da richtig lang rum, aber die beste Möglichkeit, das zu farmen, wenn sich das irgendwer antun will, Schaufeln einpacken, und einfach stumpf die Müll da ausgraben, und das Zeug aufmachen, ihr braucht den richtigen Char, also wenn ihr eine Stärke, Stärke-Zweihand-Waffe haben wollt, dann braucht ihr halt einen Warrior, oder einen Parler, oder einen Dekan, und wenn ihr einen Aki-Dolch habt, dann braucht ihr halt einen Schurken, also das geht schon so ein bisschen danach, und ja, also das ist ein Todes-Grind, dann war ich in Shadowlands unterwegs, bei vielen Sachen, die ziemlich ätzend noch waren, die ich offen hatte, ich hatte noch im Schlund, diese Jailers, wie hieß denn das, irgendwas mit Jailer hieß das Event, oder Tormenter von Torghast, war glaube ich ein Event, und ja, da kommt dann jede Stunde, oder jede zwei Stunden, kommt dann irgendwie so ein Tormenter, da muss man den richtigen abpassen, und dann gab es noch ein anderes Event, das war ein Riesenrotz, das zu farmen, das sage ich euch, ich habe nämlich zuvor Torghast auch noch gefarmen, das ist nämlich jetzt bei den Erweiterungsfeatures drin, das dachte ich mir, okay, wenn ich das eine farm, mache ich das andere im Schlund auch fertig, dann hatte ich noch ein paar so richtig ätzende Sachen, in Revendreth, da waren so Kisten noch offen, da habe ich über ein, zwei Wochen, da habe ich dann immer diese Kisten abgeklappert, das hat ewig gedauert, das ist dann meistens nur für einen Teil, und du steckst da so viel Aufwand rein, oder ich hatte noch diese Inquisitatoren in Revendreth offen, die habe ich auch ewig gefarmt, das sind hier oben, da kannst du mit so Sündensteinen, so Inquisitoren quasi, angreifen, und die habe ich gemacht, und da war so ein Zeug, da waren noch ein paar andere Sachen auch dabei, unter anderem, hatte ich ja diese Waffen noch von den Worldquests, da habe ich es jetzt so gemacht, dass ich nicht, ich habe jetzt seit zweieinhalb Jahren oder so, habe ich jetzt immer die Worldquests nachgeguckt, und diese letzten zwei Waffen, die sind nicht dabei gewesen, und dann habe ich jetzt einfach mal, als so eine Waffenkiste war, das über diese Waffenkiste gemacht, und das hätte ich schon viel früher machen sollen, ich depp halt immer über Monate weg, diese Worldquests nachgeguckt, wann die richtige endlich ist, und die waren nie da, und diese Waffenkiste, da können ja diese ganzen Waffen drin sein, das ist so eine Berufungsquest, oder Emissary, wie das damals gehießen hat, da war einfach die Waffen drin, die ich gebraucht habe, zwei, drei Charts durchgejagt, und fertig war es, also da ärgere ich mich fast, dass ich das nicht früher gemacht habe, genau, so ein Zeug war noch drin, und ein paar andere Sachen, an die ich mich schon wahrscheinlich gar nicht mehr erinnern kann, so, jetzt versuchen wir aber hier fertig zu werden, ich labere wieder schon viel zu lang, ja, hier, dann haben wir noch Erweiterungsfeatures, aktuell ist vorher noch Cutter, hier war es drin gewesen, und zwar Zinnrock, das ist eine Archäologiewaffe, die haben sie jetzt verschoben, und ich glaube hergestellte Gegenstände, da werden wir uns auch nach kleinem noch was angucken, und, also, die habe ich leider noch nicht fertig, die haben sie einfach nur verschoben, was mir noch fehlt, MOP, Szenarios, Haltblut aus den Kisten, ähm, mache ich aktuell auch eine Opening-Reihe, und, ja, ähm, da man die immer nur aufmachen kann, Moment, muss ich noch was trinken, Stimme bricht schon wieder weg, ich sag's euch, ähm, da man die nur einmal mit dem Char aufmachen kann, die Kisten, weil man die von einer Quest kriegt, und die Quest ist halt nur einmal machbar, ähm, braucht man halt immer neuere Chars, ne, ich hab mit allen meinen 130, 140 Chars, die Quest schon gemacht, und jetzt kann ich halt immer nur mit Test-Chars das machen, also die kannst du ja, nur wie ich vorhin schon erwähnt hab, limitiert die Woche, ne, ich glaub 12 sind's, sind's, die du erstellen kannst, mitnehmen, und, ja, das, der Pool ist so riesig, das wird auch noch ein Ewigkeits-Grind, die letzten Teile zu kriegen. Wolots of Draenor bin ich ja auch mit Videoreihen dran, unter anderem beim Wiederherstellungsgebäude, da brauch ich noch ein paar Teile, ich glaub aus dem Quantum-Item hab ich auch das ein oder andere, obwohl, ne, ich glaub da hab ich sogar nichts rausgekriegt von den Teilen, ich glaub die waren sogar nicht mal im Quantum-Item drin, auf jeden Fall fehlen mir da noch 17, ähm, ja, mach ich demnächst die Videoreihe weiter, da werdet ihr, denke ich mal, noch ein bisschen was sehen, dann hab ich hier noch eine, ein bisschen beschissenere Sache, und zwar, das sind aus Missionen, und hier steht dran, Garnision Missing Loot, und wenn ich jetzt hier mal drüber fahr, steht da ein größerer Text dran, wie man die Teile bekommen kann, um's mal zusammenzufassen, ähm, diese Tokens kriegt man nur, wenn man einen Char hat, der eine Garnision hat, der Stufe 20 ist, und dann muss man am besten jeden Follower, von, den man in der Garnision haben kann, ähm, auf jedem Stufe einmal haben, also brauchst du jemanden, der Stufe 30 ist, 31, 32, 33, 34, 35, 35, und so weiter, bis Stufe 40 sind die Follower, und dann brauchst du halt noch ein paar Stufe 40 Follower, um dann die Mission zu laufen. Das hab ich mir jetzt gemacht, auf einem Test-Account, weil ich hab gehört, mit Level-Stop soll es dann irgendwie auch verbuggt sein, und mit einem Test-Account kannst du maximal nur bis Stufe 20 leveln, hab die quasi auf dem Test-Account, meine vier Rüstungsklassen auf Stufe 20 gelevelt, die ganzen Follower eingetütet, die Garnision halt gebaut vorher, die Follower jetzt langsam hochgelevelt, und, ja, also es ist da richtig viel Zeit für so ein paar Items rein investiert. Ich hab noch keins von den Teilen gekriegt, ich kenn jemanden, der das schon gemacht hat, dem fehlen glaube ich noch ein, und der wartet jetzt seit einem Jahr mit der, mit der, mit den ausgebauten Garnis, ne, mit diesen Low-Chars, bis die richtigen Missionen kommen, und der hat jetzt in einem Jahr immer noch nicht alle Items gekriegt, also, da seht ihr mal, wie beschissen ist, also, jemand, der normal einfach die Garnision spielt, kann diese Teile gar nicht kriegen, weil wer kommt ja nicht auf die Idee, dass er einen Stufe 20-Char braucht, mit Level-Stop, mit, äh, Followern auf richtigem Level, und dann wartest du ein Jahr, bis die richtigen Missionen kommen, also, das sind so Sachen, ne, vor allem, dass da wieder Leute draufgekommen sind, ich weiß es nicht, und das hab ich jetzt halt mal angefangen, ne, also, es wird wahrscheinlich jetzt ewig dauern, bis, ähm, bis die richtigen Missionen kommen, ich muss da halt jetzt jeden Tag einloggen, gucken, sind sie da, aber, naja, irgendwann hab ich's, und dann hab ich bei Quests, äh, auch noch Säcke, die man über eine Raid-Quest rauskriegen kann, und, ja, da hab ich jetzt auch ein Opening, eine Opening-Reihe angefangen, das wird auch eine, bisschen nervigere Geschichte, würde ich sagen, und, ja, da könnt ihr gerne reinschauen, das wird jetzt wahrscheinlich für die nächsten Monate, hoffentlich auch noch das ein oder andere Teil kriegen, aber, ja, im Endeffekt, das sind zwei Opening-Reihen, wo ich halt was farmen muss, und das muss ich halt abwarten, ne, bis das Richtige kommt, ähm, dann haben wir noch BFA, da war ich jetzt in den Warfronts unterwegs, und ich sag euch, das war ein ganz schöner Grind mit den Warfronts, die richtigen Teile zu kriegen, ich bin da jetzt eigentlich fertig mit allen Items, aus Rathion unter Dunkelküste, und jetzt sind eigentlich nur noch hier Schatten des Krieges drin, das sind zwei Quests, die ich leider nicht mehr kriegen kann, ich hoffe, ich kriege die Leute von All the Things dazu, dass sie sich hier rausschmeißen, aus Data for Azeroth haben sie die Quests schon rausgenommen, und zwar, was sind das für Quests? Theoretisch sind sie obtainable, praktisch leider nicht, und zwar, wenn du mit dem ersten Char auf deinem Account, und das ist sogar Battle.net Account, quasi, ähm, ich meine damals, ähm, alle drei Gebiete durchgespielt hast, also zumindest einen Ruf hattest, auf einer gewissen, ich glaube, damals war es wohlwollend oder so, oder respektvoll, was du brauchst, mittlerweile ist es, glaube ich, nur noch freundlich, und dann die War Campaign, ähm, quasi durchgespielt hast, also zumindest diese drei ersten, ähm, Lager auf dem jeweils anderen Kontinent, also bei der Allianz, dann auf Zuldersaar, dann gab es eine Quest, okay, hallo, ähm, du hast alles erledigt, und jetzt kannst du die Warfront freischalten, und das ist quasi eine Breadcrumm-Quest, also die ploppt dann auf, und schickt dich dahin, wenn du aber die War Campaign als letztes gemacht hast, dann gibst du die Quest direkt schon bei dem NPC ab, wo du die nächste kriegst, und überspringst diese Quest quasi, das ist aber eine Once per Count Quest, weil wenn du einmal die Warfront freigeschalten hast, musst du es mit allen weiteren Chars nicht mehr machen, heißt, wenn man so wie ich, das damals in BFA mit einem Char gemacht hat, und die War Campaign als letztes gespielt hat, ist die nie aufgeploppt, man hat die gemacht, und kann die nie wieder machen, ich habe sogar mir einen neuen Battlen-Account gemacht, alles nochmal mit denen erledigt, Char rüberkopiert, hat trotzdem nicht geklappt, also, weiß ich nicht, all the things zählt das halt nicht, und dann, ich kann quasi mit meinem Account nicht mehr drankommen, an diese Quest, ich hoffe, die schmeißen sie raus, weil, sobald du die Folgequests gemacht hast, kriegst du die halt nicht mehr, ja, es steht auch dran, einmalig pro Account bei beiden, ist ein bisschen schade, dann wird halt BFA rausfallen, genau, und sonst habe ich jetzt noch Shadowlands und Dragonfly drin, da scheint es, ob es relativ viel ist, hier ist es aber so, wenn wir hier reingucken, sind es alles Waffen, die man über einen Token bekommt, und, ähm, das eigentlich bei allen Covernants, ne, und das Token ist halt einfach in Castle Nathria, also, das sind eigentlich alles Raid-Items, die man aus Castle Nathria kriegt, da es Händler-Items sind, waren diese Waffen leider nicht bei den Quantum-Items dabei, ne, also das ist eigentlich quasi alles Raid, bis auf ein einziges Item, und zwar, ähm, hier von Sabriel, der Gürtel, den farme ich aktuell auch, den muss man quasi Necrolord auf Stufe 3, Animal-Leiter haben, kann den Boss beschwören, keine Ahnung, ich habe den in Shadowlands am Ende schon über Monate gefarmt, habe es jetzt wieder angefangen, immer mit drei Platten, schaue ich euch den um, das Ding droppt nicht, da muss irgendwas kaputt sein, also ich habe den schon hunderte Mal gekillt, immer mit meinen vier Chars, keine Ahnung, da scheint irgendwas zu backen, das ist eigentlich das letzte aus Shadowlands, was nicht in den Raid ist, was mir fehlt, und in Dragonflight, ähm, bildet mir jetzt hier noch eine Chief, und dass mein ganzes Gear, glaube ich, auf, ähm, 380 oder so sein muss, da fehlen mir aktuell noch die Schuhe, also Kopf habe ich auch schon hören, aktuell fehlen mir die Schuhe, und ich hoffe, ich bekomme die noch aus, ähm, der, im Plus-Kiste raus, weil dann kriege ich nämlich auch mein Set voll, halt, wo ist es, äh, Vorlagen, Sets, hier, da fehlen mir auch noch die Schuhe, ich mache aktuell nicht viel im, im Plus, also ich spiele den Main gerade extrem wenig, ich mache genau 21er Key die Woche, um halt dann, ähm, immer noch das Set weiter voll zu kriegen, ne, und ich hoffe, jetzt kriege ich noch die Schuhe, dann bin ich damit tatsächlich fertig, genau, also das ist noch drin, dann brauche ich noch ein paar, äh, Manuskripte, unter anderem, die meisten sind jetzt hier noch aus dem, aus dem Raid, ne, und Belebungskatalysator sind halt auch die ganzen Raid-Sachen, also, eigentlich ist Shadowlands und Dragonflight sind auch Raid-Sachen, wo jetzt da noch so viel drin ist, genau, das ist jetzt eigentlich so das Hauptding, dann, ähm, gibt es hier noch Feiertage, ähm, da habe ich ja den großen Punkt mit, ähm, Timewalker, ne, da sind ja quasi andere IDs, kann ich aber immer nur dann machen, wenn jeweils Timewalker am Start ist, ähm, sonst haben wir hier Angelwettbewerb, da brauche ich, ähm, nur noch einmal Schuhe, und diese Schuhe habe ich aber, wie ihr seht, unten, Tila, einmal auf der Bank, die habe ich mit dem auf der Bank liegen, und das sind halt Stoffschuhe, wenn ich da bis Warwolf Inn warte, dann kriege ich die, also, sollte das alles funktionieren, eigentlich angerechnet, also, das sollte kein Stress sein, dementsprechend, ich angle da nicht, da warte ich bis Warwolf Inn, ich habe die Schuhe eh rumliegen, und hier beim Liebes Event habe ich halt das Manuskript, wie viele andere leider auch nicht bekommen, vielleicht nächstes Jahr, war halt ärgerlich, genau, dann bei Promotion sind es die paar Wappenröcke, und die geschnitzte Ogergötze, PvP, ja gut, da sind es halt, verbackte Sets, also, ich glaube, hier ist der Umhang drin, oder die beiden Umhänge, von Nalak, den kannst du leider nicht beim Händler kaufen, sondern kriegst du nur durch Nalak, und hier sind die verbackten Sets, wie es bei dem anderen auch, bereits bekannt, aber hier sind noch Sachen drin, dass es halt alle möglichen Sets sind, also, die kann ich alle nicht kriegen, und Shadowlands ist halt dasselbe, ne, da sind Sets drin, wo dann immer bereits bekannt dran steht, und sonst Dragonflight sind halt die aktuellen Sets, aber die kannst du ja mit der nächsten Expansion easier kriegen, das Einzige, was ihr hier noch eigentlich aktiv farmen könnt, wären halt, ähm, die Low-Level-BG-Kisten, weil da brauche ich noch ein paar Items, ne, das sind halt jetzt Handgelenke und Schuhe, die anderen Teile habe ich alle aus dem Quantum-Item rausbekommen, und sonst, hergestellte Items, ist jetzt halt hier Zinrock drin, habe ich mich mal ein bisschen informiert, ist ein absoluter Todes-Grind, werde ich wahrscheinlich aber trotzdem irgendwann mal demnächst noch angehen, ich habe mir jetzt einen Zwerg erstellt, mit dem ich das machen will, und dann werden wir mal gucken, äh, ob ich da, weil die Zwerge kriegen ein bisschen mehr Archäologie-Sachen raus, und haben schneller abbauen und so, also da kann sich das lohnen, aber, ähm, da haben Leute schon Monate für reingegrindet, uns nicht, also, das ist wahrscheinlich vergleichbar kacke, mit hier Wallots of Draenor, ähm, die Warforge-IDs farmen, genau, und das andere, was jetzt hier noch drin ist, ähm, steht jetzt unter Rezepte drin, das sind für die Legendary-Quest-Items, die du craften musst, also bei der Legendary-Quest müssen auch die Berufe immer was craften, und, ähm, das gehört da dazu, genau. Rätsel, habe ich, äh, verbuggte Quests drin, ähm, ich, also, da hat, ähm, bei dem Rätsel Secrets von Azeroth, äh, oder Secrets of Azeroth, wenn wir es komplett englisch machen wollen, ähm, haben ein paar Hinweise gebackt, und die werden hier als Breadcrum-Quest aufgezählt, bei mir, ich konnte irgendwie gleich zum Ende springen, und, äh, ähm, ja, deswegen habe ich die nicht abgeschlossen, aber ich kann die, das Rätsel, glaube ich, nicht nochmal machen, also, weil sie jetzt nicht schwierig, also, da komme ich nicht dran, dass es halt ein bisschen verbuggtes Gedönse, bei Charakter ist jetzt der Legendary-Bogen noch drin, und zwar den Bogen, das T-Mock habe ich, aber da gibt es noch eine Heldentat, wenn du den Bogen anlegst, aber das ist auch Shadowlands-Rates, gut, Handelsposten, da kannst du nichts machen, und Schwarzmarkt, äh, sind die Wappenröcke drin, die wir oben schon gesehen haben, bei TCG, und die D3-Teile, die wir ja auch vorhin bei Naxx schon gesehen haben, genau, heißt, ähm, ja, das ist aktuell der Stand, da ich, ähm, also drei große Punkte habe ich, quasi, die Dragonflight- und Shadowlands-Rates, ne, die ich aktuell jetzt nett mache, und, ähm, die, wo ist es drin, Feiertage, die Timewalker, das sind eigentlich so die, ähm, drei großen Punkte, die das meiste davon ausmachen, und, ähm, ja, die schiebe ich jetzt erstmal nach hinten, weil das macht mehr Sinn, also, ne, Timewalker kann ich nur machen, wenn Timewalker ist, und die machen halt mehr Sinn, wenn man Legacy-Loot-Modus quasi in denen hat, heißt, alles andere mache ich jetzt vorher, aktuell, hier die Wallets of Draenor, äh, äh, Geschichten und MOP, die Worldbosse, ähm, das hier, werde ich mal noch ein bisschen gucken, es ist halt am Rumbacken, das ist auch gerade ein bisschen blöd, hier werde ich vielleicht bald mal die Kisten noch farmen, das ist eine Geschichte, und sonst bleibt mir eigentlich, äh, nur immer die, ähm, Test-Chars für, für den Spaß hier anzugehen, ne, die Kisten bin ich immer, immer wieder am Farmen, aber da bist du halt auch zeitlich eingeschränkt, und Zinnrock, also es ist eigentlich sehr übersichtlich, was ich aktuell noch machen kann, wenn ich nicht die Shadowlands-Rates mal angehen will, ja, jetzt habe ich halt diese paar richtigen Kacksachen, und, mal schauen, die ziehe ich jetzt mal ein bisschen durch, hätte ich gesagt, und, ja, dann schauen wir mal, wie es in der vierten Season ausguckt, vielleicht wird dann Shadowlands mal umgestellt, auf Legacy-Loot, und dann kann man da ein bisschen farmen, oder, ich farm es halt dann mit einer größeren Gruppe, und bin dann halt relativ ineffizient, würde ich mal sagen, weil du musst natürlich dann alles Mögliche an andere Leute abgeben, ne, das ist dann immer ein bisschen blöd. Gut, ja, jetzt haben wir das Video trotzdem wieder auf über 50 Minuten gestreckt, das wollte ich gar nicht, aber, ja, es ist jetzt auch schon wieder, ähm, zweieinhalb Monate her, ne, und einiges quasi passiert, genau, das ist aktuell der Stand, vielleicht habt ihr ja den einen oder anderen Tipp für mich noch, für das, äh, oder auch eine Frage zu Sachen, die ich schon gefarmt habe, schreibt mir das gerne in die Kommentare, und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Collection-Update, es wird wahrscheinlich in ein, zwei Monaten wieder sein, oder mit einem Patch, muss ich mal gucken, wie es reinpasst, und ja, dann, ähm, verabschiede ich mich an der Stelle, habe ich gefühlt, dass ihr bei wart, euer Tela, bis zum nächsten Mal, ciao!